Wie? Ganz im Ernst, ich glaube auch teilweise sehen wir so ein Spiel, weil Leverkusen auch einfach schlecht drauf ist. Und da steht es allzu Leverkusen. Junge, Junge, Junge. Ich sage Leverkusen ist schlecht drauf und da machen wir das Tor, Leute. Was ist das da wieder? Was ist da wieder los? Aber wieder so Blödsinn. Einfach einen Ball reingeflankt und 1-0. Ich glaube, da hat die Abstimmung nicht gestimmt. Hinten rechts zwischen Aydin und Becker. Was ist da los? Echt? Und 2-0. Ach ja, 2-0, Leute. Alles vorbei. Werden wir noch ein 4-0 erleben jetzt? Ja, das sind jetzt immer diese Situationen. Jetzt fängt die Mannschaft wieder Kopf hängen und lässt die Mannschaft wieder den Kopf hängen und dann hast du am Ende ein 4-0. Stark gemacht, Postogan. Kuntela. Ja! Ja. Da hat der Hunter sein Tor. Da siehst du mal diese individuelle Klasse. Boah, das war stark gemacht. Jetzt kann es aber spannend werden. Jetzt kann es aber spannend werden. Aber auch Sau stark vom Boss. Ja, ja. Aber wieder den Antingenbaum hat der Hamza.